Hallo zusammen, ich hier ist wieder ein Tchela und Schöchner für euch in Dragonflight unterwegs und zwar heute wieder so ein kleines Video aus der Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren und zwar will ich wieder ein bisschen Gold raushauen, ich habe schon ein bisschen womit geboten im Black Market nämlich und da wollen wir jetzt mal gucken was ich so rausgezogen habe als allererstes bin ich hier auf Eggwin und habe einmal mit meinem Krieger hier auf den T3 geboten vom Paladin und zwar die Schuhe, habe es auch gewonnen für 86,6, wenn wir es aufrunden 87.000 Gold das ist jetzt quasi das fünfte Item, was ich quasi von dem Set habe jetzt muss ich bloß schauen, holen wir mal meine Liste einmal her und tragen das Ganze ein oh ich muss das noch kopieren, die Items, sonst wird es ein bisschen schwierig mit eintragen machen wir das mal als erstes noch, also das kopieren wir mal und dann einmal in die Liste also das waren jetzt 87.000 und ja, das Ding können wir eigentlich gleich wieder verkaufen brauchen tun wir es nicht, ich habe auch schon auf ein paar andere Sachen geboten vielleicht kriege ich nochmal ein paar Latein, da muss ich jetzt dann gleich mal gucken als nächstes sind wir dann einmal auf Lothar und hier habe ich mit meinem Schamanen auch was gewonnen einmal hier ein Teil vom Hunter Set und zwar die Schultern, das ist jetzt auch das letzte Item also dann haben wir das Hunter Set fertig, hat mich gekostet 73,5 nehmen wir mal raus und seht ihr, haben wir Hunter T3 damit einmal abgeschlossen das können wir auch noch alles rausnehmen und dann können wir die auch noch eintragen heute war eh ein guter Tag, habe auf x Sachen mitbieten können mal gucken, vielleicht habe ich sogar noch was gewonnen so, also das kommt auch hier mit in die Liste rein jetzt gucken wir nochmal, wie viele waren es genau oh, ich habe es schon verkauft ähm, ja 73,5 runden wir es diesmal ab, sagen wir 73 gut dann gucken wir mal weiter dann sind wir auf Black Hand und hier habe ich auf Hände gewürfelt beziehungsweise geboten, nicht gewürfelt und das ist einmal das Parler Set, die Handschuhe war jetzt relativ teuer, 226k eigentlich gehe ich nur bis 200k, da habe ich mich ein bisschen hinreißen lassen um ein bisschen höher zu gehen und ja, dafür haben wir sie jetzt 226k beziehungsweise 27k gut ich habe die noch auf zwei anderen Servern gesehen ist mir jetzt nachträglich aufgefallen eines ist glaube ich bei 4 Millionen weggegangen also total absurd und das andere war relativ günstig noch, ich hoffe nicht dass ich die jetzt zweimal gewonnen habe da müssen wir jetzt dann aber gleich ähm mal gucken, wie es aussieht also 226k hier und wobei ich könnte, naja, machen wir 227k ist ja fast okay also dann sind wir jetzt nach den Teilen bei 387k und dann muss ich jetzt nochmal auf auf einem anderen Schaufloter gucken ob ich da die Handschuhe nochmal gewonnen habe dann wäre es nämlich ein ziemlicher Waste aber mal schauen so, ich bin jetzt nochmal auf Lothar da hatte ich auch noch auf einen Teil geboten ähm das Problem ist ich habe ein bisschen verkackt dasselbe Item was ich jetzt für 226k gekauft habe habe ich jetzt hier nochmal gewonnen für 31k da habe ich quasi am Nachmittag drauf geboten auf die ganzen Sachen und anscheinend hat keiner drüber geboten ich habe jetzt nicht nochmal nachgeguckt ne das auf was war das auf Equin oder ne auf Blackhand das ist früher abgelaufen und dann habe ich da mit einem mich hoch geboten habe vollkommen vergessen dass hier auch nochmal dieselben Handschuhe drin sind heißt das hätte ich deutlich günstiger haben können und jetzt habe ich es zweimal was mir nichts bringt naja gut das ist mega belastend naja jetzt tragen wir es trotzdem ein für Totally Fail hier an der Stelle was waren das jetzt 31k ne ups gehen wir da nochmal zurück was haben wir es jetzt einmal für 227 einmal für 31k gekauft naja gut hätte ich da auf Black mal einfach aufhören können ne aber gut du weißt halt nicht für wie viel das dann hier raus geht das ist halt immer das Problem naja gut dann gucken wir weiter Sudala als nächstes wollen wir ein paar Rezepte kaufen und zwar bin ich jetzt auf Blackrock glaube ich und hier habe ich gesehen dass ein Rezept relativ günstig ist vielleicht zeige ich euch auch mal wie ich das gesehen habe also ich habe es glaube ich in einem der letzten Videos schon mal gezeigt gehabt es gibt eine Seite die schimpft sich wie everything da kann man quasi seine ganzen Daten hochladen auch über eine App unter anderem und dann zeigt es einem die Tmoc Sachen an das hatte ich hier glaube ich schon gezeigt aber man kann auch nach Rezepten suchen die man noch braucht aktuell brauche ich noch drei Rezepte die ich mal her kaufen kann ich habe jetzt ein paar Wochen gewartet nachdem der Patch live ist die gibt es alle drei im Raid noch und dementsprechend ähm ja habe ich jetzt mal rausgesucht wo die günstigsten Server ist hier habe ich eins gefunden auf Blackrock und ich würde sagen das kaufen wir jetzt hier einmal Formel ähm Waffe träumende Hingabe und das kostet hier knappe 10k also würde ich sagen tüten wir das Ding mal ein und dann traden wir das auch hier rüber auf mein Main denn mit dem muss ich es dann weiter verteilen warum klappt das jetzt mit dem Handeln nicht jetzt okay gut achso ich muss es nur aus dem Postkasten holen sonst wird das nix sonst wird das nix also ich war jetzt nur überlegen ob ich noch ein bisschen länger warte dass es noch günstiger wird weil umso länger natürlich der Raid raus ist umso ähm mehr Rezepte sind natürlich draußen und dementsprechend wird es günstiger aber jetzt wenn die Sachen alle unter 10k sind finde ich es in Ordnung also da kann man dann schon mal zuschlagen dann habe ich es nämlich auch weg gut also da haben wir hier schon mal das erste Rezept dann ich klage das gleich mal ein sonst vergesse ich am Ende nur noch wie viel was jetzt gekostet hat genau wo haben wir es denn also jetzt brauchen wir meine Liste ähm wo habe ich die denn offen da haben wir sie also hier die Liste dann switchen wir hier rüber das Rezept hat 10k gekostet ich muss das dann nachher noch lernen und ähm ja da müssen wir schauen dass wir dann auch noch das Zeug einmal bauen das nächste Item habe ich hier auf Dentega das ist einmal ein Schneidermuster kostet hier auch 10k ich würde sagen da kaufen wir gleich auch mal eins ups nochmal also hier einmal das Ding und durch kann ich dann auch rüber traden ich habe mir eben ein VZ Ding gekauft ein VZ Muster das habe ich nämlich zum Glück auf dem selben Char dann muss ich nämlich nur einmal umloggen okay irgendwie habe ich mit meinem Main anscheinend Handeln Blocken drin warum auch immer muss ich das macht das tut sich mal automatisch reinsetzen keine Ahnung warum das ist aber nur bei ein paar Chars so muss ich mal nochmal die Einstellung quasi umschalten so jetzt tragen wir das aber erstmal noch mal ein also hier das haben wir aufgekauft für 10k und dann brauche ich jetzt noch ein Rezept das letzte Rezept was ich noch brauche ist jetzt hier auf Ereda das ist ein Juve Rezept kostet hier tatsächlich auch nur 3k und das kaufen wir jetzt einmal raus aus der Nummer und jetzt kann ich euch vielleicht auch gleich mal zeigen wie man zwischen Horde und Allianz tradet das wissen viele vielleicht nicht wie machen wir das jetzt am geschicktesten ich glaube den müsste ich hier drin haben also auf Ereda habe ich meine ganzen Horden Chars oder einige und Moment ich gebe dem mal Lead dann queue ich lieber in Legion ich muss jetzt quasi eine Instanz queuen weil man kann zwischen Horde und Allianz nicht handeln außer man ist in einer Instanz drin ja ist ein bisschen blöd aber nur so funktioniert es tatsächlich also wir gehen dann einmal in die Inni rein und dann kann ich hier traden ich hätte natürlich auch einfach einen neuen Chart erstellen können so einen Load Chart aber dann spare ich mir das wenn ich hier E-Charaktere habe seht ihr jetzt kann ich zwischen dem Traurigen und dem Elfen handeln alles easy und das tun wir jetzt auch noch einmal in meine Liste eintragen wo haben wir sie also hier nochmal 3k und ja dann haben wir uns jetzt eigentlich die drei fehlenden Rezepte für 23k gekauft da kann ich nichts sagen jetzt muss ich mal gucken wie teuer das wird das Zeug alles herzustellen denn ich muss jedes einmal basteln für einen Erstherstellungsbonus guck mal ob ein Arbeitsauftrag dann drin ist oder ob ich eigene Mats aufbringen muss das werden wir dann gleich sehen aber erstmal müssen wir so ein bisschen verteilen die Sachen also ich habe einmal auf meinem Hexer habe ich Verzauberkunst und halt ne das ist Juve Verzauberkunst und Schneider Schneider Verzauberkunst und auf meinem Schammi habe ich dann noch Juve Juti dann lernen wir einmal die Rezepte also das Schneider und VZ Rezept haben wir hier und dann gucken wir mal was die Kosten beziehungsweise ob da schon ein Arbeitsauftrag drin ist eventuell haben wir ja Glück manchmal sind da öffentlich am Start ähm gucken wir mal äh ne Erstherstellungsbonus haben wir da schon mal nix ok also das müssen wir uns dann wohl leider selber zusammen kaufen aber eventuell kann ich das auf eine Rolle drauf basteln und dann verkaufen wenn ich hier hm muss man mal gucken also das können wir schon mal einmal holen komisch dass das jetzt packt dass ich mit meinem Addon nicht die Sachen tracken kann jetzt muss ich mal das andere noch schauen ob das vielleicht drin ist also dann schauen wir jetzt hier mal ne das ist auch nicht drin schade das können wir zumindest schon mal einmal tracken jetzt schauen wir nochmal wegen dem VZ Teil dann kann ich nämlich ein bisschen shoppen gehen ah können wir auch tracken wunderbar ich hab da nämlich ein Addon wo ich dementsprechend äh mir das alles hier rein posten kann ne da ist das ein bisschen angenehmer die Sachen zusammen zu kaufen also das brauchen wir einmal das hier brauchen wir auch einmal dann brauchen wir das hier fünfmal eventuell kriege ich einen höheren Rang zusammen dann kann ich es vielleicht sogar noch für ein bisschen Profit verkaufen aber wahrscheinlich ist das eher eine Nullnummer ne also dass man da drauf zahlen aber gut ich will halt einmal den Erstherstellungsbonus auch haben dann kriege ich den aus dem All of Things raus was kostet der ein bisschen ja es ist jetzt alles nicht so teuer ne also es geht echt gut die Kugel kostet 400 was haben wir da jetzt insgesamt für ausgegeben 5,5 also es geht ich kann gleich meinen Postkasten stellen ich brauch den Schader nachher jetzt eh erstmal nicht mehr so nehmen wir das alles raus gucken wie teuer das Juwelzeug ist also das können wir mal auf so eine Folie drauf basteln oder so ein Pergament jetzt gucken wir mal vielleicht wird es ja sogar Rang 3 perfekt ich bin bei 99% und es wird nicht Rang 3 jetzt ist es eine Rang 2 Verzauberung naja mal schauen ob das irgendwer kaufen möchte wahrscheinlich nicht die Leute wollen ja immer alle aufs Max ding so und hier gucken wir dasselbe nochmal nicht da auch so ein Teil rein basteln ah schau mal hier kriegen wir Max hin ok ok das ist zumindest 2 5 wert das ist sogar im Plusbereich hmm na mal schauen gut so viel dazu dann schicke ich das mal zum Verkaufen auf mein Main dann können wir vielleicht nochmal ein bisschen Gold zurückholen aus der Geschichte hier ein paar Materialien haben wir auch noch zurückgekriegt na gut da liegt noch ein bisschen mehr rum aber jetzt tragen wir das erstmal ein also wie viel aufs geben 5,5 haben wir jetzt mal 5k Mats da kommt wahrscheinlich noch ein bisschen was zusammen durch das Juve Ding schätze ich mal gut dann gucken wir mal wie es beim Juve Char aussieht scheinen auf jeden Fall schon ein paar Mats zu sein mal gucken was das für ein Teil ist also ach das ist ein Amulett äh ah ne ich dachte mir gerade das ist auch wieder so ein Upgrade Item ne das ich drauf basteln kann auf eins von den Gear Sachen ähm ja gut das scheint jetzt auch nicht so teuer zu sein jetzt gucken wir mal ob es zufällig drin ist ne ist natürlich nicht drin schade also heißt ich muss mir das wieder selber zusammen basteln aber Mats kosten ja ok 2,8 schau mal checken wir das kaufen wir mal auch die Rang ähm 3 Materialien vielleicht kriege ich es geprockt und eventuell ist es dann sogar im Gewinnbereich mal schauen weiß ich nicht ob die Sachen gut weggehen ne oh das kostet ja richtig viel was ist denn das irgendein Geweih ah das kriegst du durch Kirschen naja komm scheiß drauf dann kaufen wir es einfach das ist das einzige was teuer in dem Teil ist na das wäre vielleicht auch eine Geschichte wo man mit dem Kirschner losziehen könnte ne und das Farmen ich weiß jetzt nicht wie selten das ist das 3000 Gold wert das Ding bei dem Patch habe ich mich mit Kirschner eigentlich so gut wie gar nicht beschäftigt äh ok da habe ich nichts über kann ich so ein Ding vielleicht noch herstellen jetzt muss ich mal gucken ähm ich habe doch nur einen Haufen Eifer ah da haben wir es so dann kriegen wir es vielleicht auf Max na seht ihr uh dann ist es sogar halbwegs im Gewinnbereich gut dann haben wir das auch ausgegeben haben wir jetzt 3 7 heißt das können wir eigentlich jetzt äh aufrunden auf 4 und dann haben wir Max ausgegeben 9k ne also 9k dann sind wir jetzt bei 450 1000 glatt naja mal gucken was wir noch so finden so als nächstes sind wir auf die Aldo unterwegs und zwar habe ich hier ein Schwert gefunden für 10.000 Gold das ist ein removedes Item was ich schon eine ganze Weile auf dem Schirm habe und eigentlich immer über 200k drin ist also auf verschiedensten Servern und jetzt hier super schnapper einmal für 10k das kaufen wir uns direkt und dann jetzt muss ich mal gucken kann ich das mit dem lernen ne ok das müssen wir einmal rüber traden ich habe schon mal meinen Twink hier stehen da kann nämlich auch direkt die Schwerter lernen und komm wir lassen uns das nicht hingehen den Sound schalten wir natürlich an für quasi ein T-Mock Item mehr here we go und dann können wir das Ding auch gleich aus der Liste rausschmeißen beziehungsweise in meine Kaufliste eintragen also machen wir das mal hier 10k und hier müsste dieses rostige Schwert irgendwo drin sein range habe ich das nicht drin wundert mich jetzt gerade ah warte mal ich habe es ah wollte gerade sagen ich habe es nicht zweimal reingepriert so da relativ weit oben war es sogar von den removeden teilen können wir das auch rausschmeißen und dann gucken wir mal weiter als nächstes will ich noch ein paar first crafts abschließen und zwar habe ich jetzt noch ein paar rezepte bekommen die mir gefehlt haben unter anderem fehlen mir ja noch first crafts hier bei inschriftenkunde zwei stück einmal die wandhusruhne einmal der vertrag und dann noch bei schmiedekunst jetzt bin ich auf meinen inschriftenkunde char und hatte die woche tatsächlich glück endlich die beiden rezepte zu kriegen eins der beiden gibt es über den ersten weekly try in der super blüte und das andere aus dem samen da hatte ich jetzt die letzten wochen schon intensiver gefarmt gehabt nichts bekommen heute endlich beide eingetütet von den dingern und jetzt würde ich sagen basteln wir die mal ich habe hier schon die matz gekauft war jetzt ehrlich gesagt eine teuer 400 gold also das eine relativ günstige angelegenheit jetzt muss ich bloß an den richtigen tisch hier sind wir richtig wunderbar also kraften wir das ding einmal und hier das zweite noch und ja dann habe ich auch noch eine andere geschichte und zwar im schmiedekunst bereich da fehlt nämlich auch noch ein first craft und das wird ein bisschen teurer da muss ich nämlich so ein epic helm bauen und ja dann gucken wir jetzt gleich nochmal rein gut ich bin jetzt auf main geswitcht und zwar will ich jetzt noch den schmiedekunst first craft hier einmal erledigen ist nämlich das letzte was mir fehlt und dazu habe ich mir schon mal mit dem twink einen arbeitsauftrag gestellt das ist nämlich hier dieser kopf extra mit dem worry dass ich auch das team auch gleich lernen kann und ja das hat mir gekostet ein bisschen über 30k jetzt hauen wir hier noch das eifer item rein ich habe mir jetzt die günstigen mats geholt also die reichen zwei dinger reicht aber trotzdem für max quali wobei im endeffekt die quali ist eigentlich vollkommen wurscht schlichtweg deswegen ähm weil ich ja eh nur das team beziehungsweise den first craft haben will gut dann ist der first craft auch raus dann ist jetzt hier nur noch dieses item drin ah ne hier zum lernen ist das noch drin muss ich nochmal umlocken und jetzt sind hier noch diese legendary teile drin muss mir die evoca legendary waffe mal noch irgendwann basteln aber gut das schauen wir dann später wenn es soweit ist gut zurück auf dem worry jetzt schauen wir mal team gelernt und ja gut das item level 463 ist auf jeden Fall für den auch ein upgrade aber jetzt wenn ich kein team daraus bekommen hätte beziehungsweise first craft hätte ich es natürlich nicht gemacht huge dann sind wir da auch durch ich muss es noch in die liste eintragen jetzt gucken mal das und dann sind wir jetzt schon bei fast einer halben million na gut summiert sich schon zusammen als nächstes bin ich auf dem server garona und hier habe ich ein removed item gefunden und zwar verzierte pyrium beinschützer die kosten 125k sprich sind dem rahmen wo ich die sachen kaufe das wollen wir uns jetzt einmal an der stelle und das ist auch wieder so ein item aus kataklysm das man damals craften konnte mittlerweile hat Blizzard das leider rausgenommen das rezept und ja dementsprechend kann man es auch nicht mehr bauen jetzt traden wir das mal main rüber und dann hätte ich gesagt tragen wir das nur aus der liste aus jetzt gucken wir mal schnell wo haben wir sie also da unten sind sie einmal die schmeißen mal raus und dann tragen was hier nur 125 kam gut dann gucken wir mal weiter so guterla jetzt war ich mal wieder im black market erfolgreich bin hier auf port zu der eternita meinem italienischen server wo ich noch einen max level schar rum stehen habe und hier habe ich mir eine hose gekauft das ist einmal das T3 vom Krieger und wer sich ein bisschen mit den T3 Sachen auskennt weiß die vom Krieger kosten immer am meisten weil irgendwie komischerweise viele Leute das Krieger T3 haben wollen habe mir das hier für 58.000 geholt und vom worry ist das tatsächlich erst das zweite teil also da brauche ich noch am meisten nichts nichts desto trotz konnte ich da jetzt nach längerem mal wieder was schießen und ja jetzt müsste ich nur noch 24 T3 Teile brauche ich jetzt noch jetzt gucken wir mal schwarzmarkt auktionshaus hier T3 sind noch 24 Dinger und 6 worry Teile das ist jetzt noch das meiste das Magie brauche ich sogar noch 5 also Magie ist das zweitmeiste gut dann tragen was jetzt einmal in die Liste mit ein also das waren jetzt 58 K und ja dann gucken wir mal vielleicht schieße ich die nächsten Tage mal nochmal das ein oder andere item im Black Market als nächstes bin ich auf Aaron Peak unterwegs und zwar habe ich hier das erste Teil gefunden aus dem neuen Raid Amir Drasil für 15 K ist denke ich mal ein echter Schnapper und das sind einmal das Kettenteil und dann kann ich denke ich mal noch in den Katalysator quasi einsetzen da muss ich jetzt aber noch ehrlich gesagt gucken weil ich habe ja noch nicht so viele Charges vom Katalysator mit wem ich das lerne also das werden wir jetzt erstmal quasi nicht in den Katalysator packen aber in die Zukunft können wir schon mal schauen und dann können wir dementsprechend oh ups da habe ich jetzt was überschrieben jetzt machen wir das so auf 15 K und ich habe auch noch ein bisschen was ausgegeben ich habe es hier mal rot markiert für bonus gold rausgehauen und ich habe noch einen charge geert der hat auch noch 23k gekostet kostet doch mehr tatsächlich dieses 4 18 21 geert zu kaufen als ich dachte juti dann traden wir das schon mal rüber dass ich es weiterschicken kann weil ich überlegen bin ob ich vielleicht doch gleich in Katalysator haue hmm das ich nicht vergesse so also das schicken wir jetzt einmal auf meinen schamanen sudela ein paar tage später bin ich nochmal auf dem server Aaron peak und dort habe ich wieder einen teil gefunden für 30k wieder aus dem elf air und ja diesmal haben wir plattenschuhe die werden wir uns einmal kaufen und die muss ich dann hart rüber traden jetzt tragen was aber erst mal ein die guten teile und zwar wo habe ich denn meine liste da haben wir es also eintragen für 30k oh ich glaube ich muss das danach noch ein bisschen runter ziehen das passt gar nicht alles komplett hin außer wir holen uns noch 1 2 teure sachen und ja hier habe ich sie ja noch gar nicht eingetragen ich denke mal das mache ich dann die tage noch juti juti ich bin jetzt auf meinen worry gelockt die habe ich jetzt einmal rüber geschickt und jetzt können wir das ding dann gleich mal lernen wunderbar und ja für dings warte ich jetzt nur ab fürs upgraden beziehungsweise fürs umwandel im katalysator da warte ich so als nächstes habe ich hier noch ein item auf burning legion gefunden und zwar haben wir hier eine stoffschulter die aus dem aktuellen raid ist und ja ich würde sagen die kaufen wir jetzt einmal LFR für 35.000 gold und dann müssen wir einmal den postkasten auspacken da muss ich mal gucken eventuell kann ich da sogar noch ein zweites T-Mock rausziehen indem ich dementsprechend das noch upgrade oder sogar in den Katalysator pack aber das muss ich mal gucken was ich da noch zur Verfügung stehen habe so das schicken wir dann schon mal weiter und jetzt muss ich gerade überlegen wer hat denn noch Punkte wahrscheinlich mein Priester oder jetzt gucken wir mal ob wir das direkt da machen können also mein Priester und dann schauen wir mal gut jetzt bin ich auf den Priester geswitcht jetzt tragen wir aber erstmal das ding ein dass ich es nicht vergesse wo haben wir es denn also hier haben wir einmal meine Liste 35k ich habe auch übrigens in der Zwischenzeit noch ein paar andere Sachen gekauft ich habe noch ein paar Bonus Rolls rausgehauen war wieder ein bisschen bei Xavius mit leider mäßig im Erfolg dann ich glaube das mit dem Chark hier da habe ich ja mal pvp für einen Chark gekauft ich glaube das hatten wir schon ne und ich habe noch 20k für ein Projekt ausgegeben da habe ich eine Garni abgegradet mit einem Twink weil ich da noch diese Garni Invasion spielen will schlussendlich ist rausgekommen brauche ich gar nicht weil ich kann auch einen Char der keine Garnision hat mit einem anderen Account in eine Garnision quasi besuchen und brauche dann mit dem gar keine Aufbau aber das war mal so ein Testpilot wie lange das dauert und im Nachhinein hat sie rausgestellt dass es sinnlos war aber gut die 20k waren es wert dann habe ich zumindest paar Sachen rausgefunden gut die 35k haben wir jetzt auch eingetragen dann würde ich sagen testen wir jetzt auch mal kurz also ich könnte es jetzt in also jetzt lernen wir es erstmal so das Ding schultern und wenn ich die jetzt hier upgrade müsste ich auch das andere Thema auch noch kriegen warte mal jetzt gucken wir mal schnell im Older Things wo haben wir es denn also hier Dungeons Mirdrassil also hier im Normal brauche ich ja noch alle jetzt mal schauen weil ich das upgraden kann müsst ja auf Normal upgraden können das ist Stufe 5 mhm seht ihr jetzt habe ich hier auch das T-Mock bekommen interesting naja gut also ich muss mich zwar quasi entscheiden ich kann wenn dann das Ding quasi holen ne auf LFR in Katalysator für Set stecken upgraden dann kriege ich Normal und hat ne LFR Normal Set oder ich kriege zweimal Normal und LFR von dem Grunditem das kann ich natürlich auch machen gut Set habe ich glaube ich eh schon ein paar Sachen oder also Set Schultern hatte ich eh schon also da war das die richtige Entscheidung wunderbar wunderbar das ist eh noch ein altes Set oder naja dann ziehen wir uns einfach die Schultern mal an ok heißt dann brauche ich mir eigentlich Normal gar nicht wirklich kaufen sondern kann eigentlich alle LFR Sachen upgraden das blöde blöde ich habe ich habe mir schon zwei Sachen gekauft ich meine dass ich die blöderweise ähm dass ich die blöderweise in Katalysator umgewandelt habe das war jetzt nicht so clever naja jetzt muss ich mal gucken vielleicht wird normal die nächste Zeit auch noch mal günstiger gut dann habe ich gleich noch ein Item gefunden und zwar hier auf Todeswacht da haben wir noch ein LFR Item flüsternde gezahnte Kordel heißt das und das ist hier für 30k drin würde ich sagen holen wir uns auch mal das Ding und das müsste auch nochmal ein Stoff Item sein heißt das werde ich auch gleich nochmal auf meinen Priester rüber traden dann um dementsprechend das wieder abzugraden und dann haben wir nicht nur ein Timog sondern auch gleich wieder zwei Stück mit dem Priester habe ich nämlich einige von diesen Abzeichen weil ich das Pech hatte dass diese Inschriften Kunde Rezepte eine Weile nicht gedroppt habe ich einen Haufen von den Abzeichen nebenbei so bekommen jetzt tragen wir das einmal ein also das war nochmal 30k und dann schicke ich das wieder rüber ok ist schon gleich mal richtig vorbelegt gut so also jetzt haben wir das hier mit dem Priester einmal rausgeholt und gelernt und jetzt müssen wir das auch wieder upgraden auf 5 gut das können wir mal anlegen jetzt muss ich mal gucken inwieweit ich den Gürtel da auch schon hab ähm Maschen das müsste der Gürtel sein genau also Gürtel wird mir noch fehlen da muss ich dann mal noch gucken ob mit den umwandeln oder ob ich dann lieber einen Loan umwandeln naja mal schauen aber zumindest haben wir jetzt auch wieder das LFR und das normal Teil so jetzt bin ich noch auf Pozzodelli Ternita unterwegs hier konnte ich mal wieder ein Plattenitem schießen und musste das ein paar mal mit drauf bieten und wir haben das jetzt gewonnen hier für 94.255 das sind einmal die Worry Schuhe und ja Worry ist so ein bisschen eine schwierige Angelegenheit ich da war ich leider zu spät dran diesmal bin ich ein bisschen früher aufgeschlagen habe hier über ein paar Stunden jetzt nicht aber über eine Stunde mit geboten uns konnte es tatsächlich jetzt auch gewinnen ich würde sagen da tragen wir jetzt auch hier einmal ein und warte mal ich muss nochmal genau den Preis nachschauen dass wir jetzt hier keinen Käs aufschreiben also 94 ja runden mal es ab oder sagen wir 94 passt schon 94 und dann muss ich das jetzt die Tage mal noch ein bisschen verlängern jetzt haben wir schon fast wieder eine Million ausgegeben aber Schuhe dann sind wir mal wieder auf dem Server Todeswacht und zwar habe ich hier noch was gefunden was mein Interesse geweckt hat hier einmal Kelch der Wut das ist aus Timewalker Kataklysm und zwar aus den Feuerlanden und anscheinend ein BOE Item kostet hier 65 knappe 66k günstigstes EU-Walt kaufen wir uns einmal raus und das können wir dann auch gleich mal lernen ich bin mir nämlich auch nicht sicher ob das eine ID ist die du sonst nicht mehr kriegen kannst weil die glaube ich von letzter Season ist deswegen hole ich mir das lieber mal bevor man das dann gar nicht mehr kriegen kann so das ist eine Schildhand die würde ich sagen waste wir jetzt gleich mal auf Main rein geht ja nur ums T-Mock sonst kann ich das ja sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht mehr mit irgendeinem Schar brauchen können gut ja seht da da ist Season 2 dran also ja gut dann haben wir das weg und achso vielleicht mal eh einmal durch sein also warte mal hier oben wenn ich es eintrag 66 ah passt gut dann sind wir jetzt auf einem Endbetrag von 1.023.000 Gold ist ein Haufen klein Zeug zusammengekommen und ja damit sind wir auch durch mit dem kleinen Video hat mich gefreut dass ihr dabei wart und wenn ihr wollt sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder bis dahin ciao